Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute geht es um Happy Brush, die ideale Zahnbürste für Camper. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil man sich denkt, wie, was, Zahnbürste, was hat das mit Camping zu tun? Aber darum geht es genau in dieser Folge. Je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, ist es so, wir haben 2019, es ist jetzt Oktober 2019, Wir haben ja im Sommer 2019 unsere Europareise gestartet und kurz bevor wir los sind, bekamen wir eine Anfrage eben von Happy Brush. Sie sind über den Podcast auf uns gestoßen und haben gefragt, ob wir nicht mal ihre elektrischen Zahnbürsten ausprobieren wollen. Diese seien nämlich bestens geeignet für alle Reisenden, also auch für Camper. Jetzt muss man zugegebenermaßen sagen, so eine elektrische Zahnbürste ist jetzt nicht das, was ultimativ mega neu ist, irgendwie was weltbewegend Neues. Und was das auch direkt mit Camping zu tun hat, das war im ersten Moment so ein bisschen nicht ganz klar. Wir haben dann aber trotzdem auf die Webseite von denen geschaut und da war dann auf jeden Fall ein Argument dabei, wo unser absolutes Interesse geweckt hat. Und da haben wir dann gesagt, da sind wir dabei. Das ist so krass. Das ist wirklich interessant. Da machen wir mit. Wir werden die Zahnbürsten ausprobieren und testen und gucken, wie das so für uns ist. Aber was genau dieses Argument ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge und im dazugehörigen Blog-Beitrag. Zunächst mal, wer oder was ist überhaupt Happy Brush? Happy Brush ist ein recht junges Unternehmen aus München. Und die beiden Gründer haben sich zum Ziel gesetzt, eine professionelle, effektive und trotzdem erschwingliche elektrische Zahnbürste auf den Markt zu bringen. Was uns persönlich daran auch sehr gut gefällt, ist halt der Blick auf die Nachhaltigkeit, die Umweltverträglichkeit und die Gesundheit. So sind die Sachen nicht in irgendwelche Plastikplister verpackt und irgendwelche Kunststoffe, Weichmacher, weiß der Geier, was da alles mittlerweile drin ist in dem ganzen Zeug. Stattdessen wird halt Karton verwendet, die Zahnpasta selber ist in 100% recycelbaren Tuben ohne diese kleine Aluminiumfolie etc. pp. Es sind viele Kleinigkeiten, die da mit reinspielen. Das hat uns ebenfalls sehr, sehr gefallen, weil die Plastikflut ist ja ungebrochen, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber es ist einfach, es ist halt einfach was anderes, wenn man Sachen, die nicht unbedingt in Plastik verpackt sein müssen, eben auch nicht in Plastik verpackt. Ja, auf jeden Fall ist es so, wir haben von Happy Brush zwei Schallzahnbürsten Vibe 3 zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren zwei so Starter-Sets. Ein Set war in schwarz und eins in weiß. Und eben wie auf der Webseite versprochen, kam auch alles sehr, sehr gut verpackt, ohne jegliche Blister und Folien und Plimperquim irgendwie mit dazu. Und das hat beim Auspacken schon Spaß gemacht, wenn man sowas dann auspackt. Die Zahnbürsten selber haben auch ein sehr schönes Design und nicht so dieses, ja, dieses typische Otto-Normal-Verbraucher, ja, sage ich mal, dieses, wie man es halt kennt von so elektrischen Zahnbürsten, dieses Aussehen halt. Zum Lieferumfang selbst gehört natürlich der Zahnbürsten-Grundkörper, sag ich mal, wo der Akku drin ist, die ganze Elektrik etc. Ein Bürstenkopf, Zahnpasta mit Minz- oder Kokosnuss-Geschmack und natürlich eine Ladestation inklusive 230 Volt Adapter, eine Kurzbeschreibung nach so ein paar Sachen. Und aber ebenso im Großen und Ganzen alles, dass man direkt starten kann. Und was uns zum Beispiel an der Ladestation als Camper dann auch noch positiv überrascht hat und uns auch gut gefällt, ist, dass es eine USB-Ladestation ist. Und nicht so eine klassische 230 Volt Ladestation. Man braucht also nicht zwingend einen 230 Volt Wechselrichter, um die Zahnbürste überhaupt aufladen zu können. Sondern über den USB-Anschluss hat man ja heute überall. Also im Auto ist ein USB-Anschluss. Man kann, wer autark unterwegs ist, hat das sowieso im Wohnmobil eingebaut. Viele Wohnwegen haben das mittlerweile auch, dass halt wegen Handy-Aufladen überall USB-Buchsen verbaut sind. Es gibt einfache 12-Volt-Adapter für den Zigarettenanzünder, wo man dann einen USB-Anschluss hat. Also es gibt genug Möglichkeiten, die Zahnbürste über die USB-Ladestation aufzuladen. Und im Stimmensfall eine Powerbank. Eine Powerbank kann das auch liefern. Und man kann darüber seine Zahnbürste aufladen. Man muss also nicht diesen Umweg gehen. Ist natürlich gerade für alle, die jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs sind und alles auf 12 Volt eingerichtet haben. Ja, dann braucht man wegen so einer Zahnbürste einen 230 Volt Wechselrichter. Haben zwar viele, aber es ist einfach Energieverluste, die dann da herrschen. Und mit 230 Volt wird letztendlich kein einziger Zahnbürsten-Akku aufgeladen. Das ist einfach Quatsch. Das wird auch runtergewandelt. Und dadurch hat man als Camper natürlich auch immer Verluste. Und Energieverluste. Strom ist immer ein teures Gut als Camper. Und deswegen möchte man da natürlich verzichten. Wir selber haben ja auch einen großen Akku mit drin. Und ich habe alles umgerüstet auf 12 Volt, um genau auf das verzichten zu müssen, auf diese 230 Volt. Und deswegen war das auch noch so ein Punkt, der uns positiv aufgefallen ist. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch auch mal cool, eben keine Zwangs-230 Volt zu haben. Nein, das haben alle anderen bisher, die ich persönlich hatte, immer so gehabt. Ja, die Verwendung der Happy Brush Vibe 3 ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Es ist eine elektrische Zahnbürste. Sie ist ziemlich selbsterklärend. Es gibt eine Kurzanleitung dazu. Also im Großen und Ganzen ist es so. Aufladen, die kommt zwar vorgeladen zu einem, aber man sollte sie trotzdem voll aufladen, bevor man sie verwendet. Dann den Bürstenkopf aufstecken, Zahnpasta drauf putzen, fertig. Das ist jetzt nichts ultimativ Neues für jeden, aber eben um es erwähnt zu haben. Was auch noch toll ist, ist die Zahnbürste selber hat einen integrierten Timer und alle 30 Sekunden setzt das Vibrieren ganz, ganz kurz aus und weist den Anwender da dann drauf hin, dass man halt den nächsten Mundbereich, Zahnbereich putzen darf. Und nach zwei Minuten vibriert sie dann nochmal und signalisiert damit, dass man prinzipiell mit dem Putzen fertig ist. Sie geht dann aber nicht automatisch aus, sondern man kann natürlich noch länger und noch weiter putzen, wie man möchte. Was auch noch spannend ist, die Zahnbürste verfügt über drei Betriebsmodi, welche durch den Namen auch schon recht selbsterklärend sind. Deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein. Aber die Betriebsmodi sind der normale Betrieb, der Sensitivbetrieb und Polieren. Kannte ich so bisher von meiner letzten elektrischen Zahnbürste, die ich von einem großen namhaften Hersteller hatte, auch nicht. Die ging einfach nur an und aus und hatte zwar den integrierten Timer auch schon, aber eben sonst hatte die halt nur einen normalen Putzmodus, sagen wir es mal so. Was am Anfang ein bisschen ungewohnt ist, gerade mit den Schallzahnbürsten. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil die so extrem schnell vibriert, weil das eine extrem hohe Frequenz ist. Und da kam mir das am Anfang direkt so vor, als wäre ich beim Zahnarzt bei einer professionellen Zahnreinigung, weil das einfach so ein krasses Vibrieren war, wie wenn der Zahnarzt da mit dem Ultraschallgerät die Zähne reinigt im Rahmen der Zahnreinigung. Aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran und dann ist das nicht mehr irgendwie ungewohnt oder komisch oder sonst so irgendwas. Was auch noch cool ist für alle, die jetzt das Ding halt oft sehr eng wegpacken, es ist blöd, wenn man so eine Zahnbürste hat und die geht dann im Reisemobil, im Flugzeug, im Koffer geht das Ding auf einmal an, weil irgendwas gegen den Einschalter gedrückt hat. Und dann rennt das Ding die ganze Zeit und wenn man sie dann wirklich brauche, ist sie leer. Ja, deswegen hat die Happy Brush auch ein Travel-Log, wenn man da einfach auf den Ein-Ausschalter für fünf Sekunden drückt, dann wird die Zahnbürste sozusagen verriegelt. Ist ein nettes Feature, gerade wenn man die irgendwie eben so verstaut, dass irgendwas anderes dranstoßen könnte, was dann halt nicht so cool ist. Ja, kommen wir aber zu dem, was uns extrem getriggert hat, also wo wir gesagt haben, Alter, das ist mal eine Ansage. Und zwar ist es die Laufzeit. Die Betriebszeit dieser Zahnbürste ist unser absolutes Highlight, was wir gesagt haben, das ist echt heftig. Und zwar soll die Schallzahnbürste eine Laufzeit von bis zu fünf Wochen haben, also fünf Wochen lang Zähneputzen, ohne neu aufladen zu müssen. Also meine alte Zahnbürste, die ich zuletzt verwendet hatte und die jetzt auch schon länger ihr Dasein fristete, weil halt natürlich der Akku mit der Zeit immer schlechter wurde. Aber die hat das nie und nimmer auf so eine Laufzeit gebracht. Und fünf Wochen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, mindestens zweimal täglich zwei Minuten, dann sind fünf Wochen, ist ordentlich, ohne aufzuladen. Und ich kenne auch keine, die das bisher geschafft hat oder die das gesagt hat, dass die so lange durchhält. Im Prinzip heißt es, fünf Wochen lang ohne aufladen, da kann man sagen, man kann das Ladegerät auch direkt für den Urlaub, kann man direkt zu Hause lassen. Man lädt sie vorher nochmal auf, lässt das Ladegerät zu Hause und fertig aus. Und das ist ja auch mal ein Argument, weil gerade als Camper, man hat so viel kleinen Klimm-Bimm dann doch irgendwo mit dabei und allem. Und hier noch ein paar Gramm und da noch ein Schächtelchen und da muss noch was mit. Da ist man letztendlich irgendwo auch froh, um alles, was man nicht mitnehmen muss, weil es dann doch irgendwie notwendig ist. Wie zum Beispiel ein Ladegerät. Es läppert sich einfach. Also ich meine, das kennt ihr ja auch alle. Aber ist ja nicht nur für ein Camper, selbst wenn man sagt hier, ich habe eine Dienstreise oder ich fliege doch mal mit dem Flugzeug in Urlaub für zwei, drei Wochen. Malediven oder sonst irgendwo hin, braucht man auch hier kein Ladegerät mitnehmen. Und wir selbst können bestätigen, dass der Akku echt wirklich, wirklich sehr, sehr lange hält. Der hält so lange, dass wir vergessen haben, exakt mitzuzählen. Also wir haben es echt irgendwann aus den Augen verloren, wie lange der Akku jetzt tatsächlich durchgehalten hatte. Das ist uns dann erst später wieder eingefallen, dass wir da hätten wir drauf achten sollen. Aber der hält so, also es ist echt unglaublich. Also die, ich habe noch keine Zahnbürste erlebt, die so lange durchhält. Also es ist echt, das war für uns das, das Argument schlechthin, wo wir gesagt haben, okay, jetzt habt ihr uns erwischt. Damit sind wir dabei, wir nehmen diese Challenge an und gucken mal, was das für eine Zahnbürste ist. Was auch noch sehr, sehr cool ist, ist, wenn man sich jetzt so eine Happy Brush Zahnbürste zulegen möchte, man kann 100 Tage Probe putzen. Das ist auch auf der Webseite so angegeben. Man kann da wirklich 100 Tage lang die Happy Brush Zahnbürste des Starters jetzt sich bestellen, kann das dann 100 Tage lang ausprobieren. Und wenn einem die nicht zusagt, wenn es nicht passt, wenn es nichts für einen ist, dann kann man sie zurückgeben. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich sage, das ist mal vernünftig und nicht nur zwei Wochen, sondern wirklich, man kann es über einen längeren Zeitraum ausprobieren und hat trotzdem eine Rückgabegarantie. Ja, so toll die Zahnbürste ist, es gibt aber auch Nachteile, auch wenn es nicht viele sind, weil eigentlich ist es auch nur ein einziger, der uns bis jetzt irgendwie überhaupt aufgefallen ist, beziehungsweise den wir, ja, ein bisschen in Rücksprache mit Happy Brush in Erfahrung gebracht haben überhaupt. Und zwar kam das ein bisschen auch durch unsere Europa-Reise, hat mir dann auch nicht so weit gedacht zu sagen, ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen, noch ein paar Aufsteckbürsten als Reserve. Da habe ich bei Happy Brush nachgefragt, ob es denn auch die ganzen Aufsteckbürsten von anderen Herstellern, ob ich mir die da kaufen könnte, weil, ja, die kriegst du halt quasi europaweit oder weltweit. Ist das ja eine bekannte Marke und dann kriegt man die da, ob man die nicht verwenden kann. Leider ist es so, dass die, der Aufnahmestecker der Happy Brush Bürsten, der darf nicht so sein, dass er andere Bürstenköpfe aufnimmt. Das hat wohl rechtliche Aspekte. Ich weiß es nicht tiefergehend, aber das war so das, was ich in Erfahrung bringen konnte, dass das Ganze rechtlich halt so eine Sache ist. Und der Grundkörper halt nicht diese Form haben darf, dass er auch andere Aufsteckbürsten aufnehmen kann. Umgekehrt ist es zum Beispiel aber so, dass von den, jetzt nicht von der Schallzahnbürste, sondern von zum Beispiel von der rotierenden Zahnbürste die Happy Brush Aufsätze, die gehen auf die anderen Zahnbürsten. Das ist mal wieder so wahrscheinlich das deutsche Recht, wie es halt so ist. Aber ja, prinzipiell ist es einfach so, dass man halt da einfach ein bisschen drauf achten sollte. Normalerweise kauft man sich ja so eine Zahnbürste nicht nur mit einem Aufstecker. Also man bestellt sich da dann halt gleich nochmal drei, vier Stück dazu. Dann hat man die auf Reserve immer zu Hause und die heben ja auch eine ganze Weile. Und von dem her ist das jetzt ein Nachteil. Ich möchte ihn genannt haben, damit da kein böses Erwachen kommt, wenn einer denkt, okay, ich gehe mal hier in den Drogeriemarkt irgendwo und kaufe mir da von einem anderen und will die draufstecken und geht nicht. Und denkt dann, ist das doof, ist der totale Mist. Nein, das möchte ich deswegen hier auch benennen und erwähnen einfach, dass das von vornherein sehr, sehr klar ist. Ja, unser persönliches Fazit zu den Happy Brush Zahnbürsten, die wir bekommen haben. Also ich muss wirklich sagen, und das ist jetzt nicht, weil wir sie zur Verfügung gestellt bekommen haben, sondern mich hat keine bisherige elektrische Zahnbürste, hat mich so überzeugt wie die Vibe 3 von Happy Brush. Also ich selber und auch der Ben, der putzt wie der Teufel. Der findet die auch super toll, die Zahnbürste. Also die Zähne werden tiptop gereinigt und es macht Spaß, damit die Zähne zu putzen. Eben die Kinder haben auch ihren Spaß, damit ist auch eine super Sache. Und eben wir sind ja aktuell nach wie vor auf unserer Europa-Reise und das ist auch was, wo ich jetzt schon rausgeben kann an Happy Brush als Feedback, weil die werden sich diese Podcast-Folge natürlich auch anhören. Wenn wir wieder zurück sind, ich werde meiner Zahnärztin diese Zahnbürste empfehlen und sagen, schau dir die mal an, weil die Zahnärzte empfehlen ja immer sowieso prinzipiell die elektrischen Zahnbürsten, weil man damit besser, dass es für die Zahnreinigung besser ist wie von Hand. Aber die empfehlen ja immer nur das, was sie letztendlich kennen und das sind halt der große Name, den ich jetzt hier nicht erwähne. Nicht, dass ich auch noch eine auf die Finger bekomme oder so, aber die kennt man ja, diese Zahnbürsten. Aber ich finde die so super, ich werde die meiner Zahnärztin empfehlen und sagen, hier, schau dir die mal an. Wenn ich eine Zahnbürste, eine elektrische empfehlen soll, dann wäre es diese. Ja, nochmal ganz grob zusammengefasst, die Pluspunkte, die für uns ganz persönlich jetzt da so ein bisschen herausgestochen sind. Es fängt an mit einer umweltfreundlichen Verpackung aus Karton, ohne Plastik, ohne Aluminiumzeug, irgendwie was ist schon mal sehr, sehr gut. Der Blick auch insgesamt von Happy Brush auf das Thema Nachhaltigkeit, ein bisschen Umweltschutz und so ist uns auch positiv aufgefallen. Was richtig cool ist, ist es, dass es eine USB-Ladestation ist und man nicht zwingend einen 230 Volt Wechselrichter braucht. Weil damit kannst du überall auf der Welt diese Zahnbürste aufladen, weil USB ist ein Standardanschluss, den gibt es irgendwo auf der ganzen Welt. Letztendlich ist das Ding vertreten, denke ich, mit 5 Volt und somit ist das eine super tolle Sache. Bekommt man die auf jeden Fall irgendwie aufgeladen. Dann, was natürlich unser persönliches Highlight war, ist diese extrem lange Akkulaufzeit. Ist echt der Hammer, wie lange der Akku hält. Dann der integrierte Timer, der unterstützt einen natürlich da so ein bisschen, dass man da nicht zu lange auf einer Seite putzt und zu wenig dann auf der anderen Seite. Dann, dass es auch unterschiedliche Betriebsmodi gibt. Und, dass die Zahnbürste auch einen Travel-Log hat, damit sie sich nicht im Eifer des Gepäckes irgendwie von alleine aus einschaltet. Also unser Fazit, auch wenn wir ganz am Anfang gedacht haben, naja, eine Zahnbürste ist jetzt irgendwie keine neue Raketenwissenschaft oder sonst sowas, können wir mittlerweile sagen, wir können die Zahnbürste uneingeschränkt empfehlen. Ist eine super Sache. Also das kann ich wirklich von Herzen und persönlich kann ich das jedem mal nahe legen. Wenn man sich eine neue elektrische Zahnbürste zulegen möchte, dann schaut euch die von Happy Brush mal an. Und ja, damit möchte ich es auch mit dieser Folge belassen. Ich packe euch noch die Links zu Happy Brush auf die Webseite. Die haben auch einen eigenen Online-Shop, wo man sie direkt bestellen kann. Und den Direktlink zu dem Starter-Set, wie wir es bekommen haben, packe ich euch mit in den Blog-Beitrag, dass ihr das dort habt. Und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Zähneputzen. Und wenn ihr euch mal eine zugelegt habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung mit der Zahnbürste ist. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.